Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Oracle, dieses Mal Griechenland gegen Deutschland. Das ist das zweite Viertelfinale. Das ist das zweite Viertelfinale. Stark Patrick, stark. Ich weiß. Der Phil ist heute leider immer noch nicht da, so ein Ärger. Willst du drücken? Dann drücke ich. Und wir hoffen ja mal auf den Sieg für Deutschland, wa? Ja, das ist wohl eindeutig. Das ging schnell. Naja, ging so. Die hatte erst ihre Orientierungsstörungen wieder mal. Aber was soll man von der deutschen Milchkuh auch erwarten? Was? Komm nicht oft raus. Was? Das ist übrigens ne griechische Kuh, die gibt Schafskäse. Was? Was? Kuh? Schafskäse? Ja, guck nicht so doof. Alter, Beleidigungen zur Deutschlandkuh nicht. Die ist ganz schön rechts, wa? Also, sie steht rechts. Ja, aber das zählt nicht mehr. Ey, das ist schon zu spät. Ja. Ja, dann war's das auch. Deutschland wird gewinnen. Und, ach, was will man auch anderes erwarten, ne?